Wir berichten mal wieder aus der Seestraße in Wölversheim von den umfangreichen Tiefbauarbeiten, die wieder begonnen haben. Seit dem 11. Juli ist die Firma Faber & Schnepp zu Gange und erneuert zum einen hinter uns die Gehwege sowie die Wasser- und Kanalleitungen. Wir stehen hier an der Einmündung am Heiligenstock Wetzlarer Straße, die momentan gesperrt ist. Die Umleitung erfolgt über die Giesener Straße. Diese Sperrung wird voraussichtlich dauern bis Mitte September. Der Verkehr wird in diesem Teilbereich über eingeengte Fahrstreifen geführt, sodass Begegnungsverkehr möglich ist. Die Einmündungen in die Friedensstraße von der Seestraße aus sind ebenfalls beide gesperrt. Die vorhandene Fußgängeranlage ist außer Betrieb. Eine Ersatzfußgängeranlage wurde eingerichtet Höhe der Bushaltestelle im Hintergrund. Ab der Einmündung Friedensstraße wird der Verkehr mittels Ampelregelung einseitig geführt. Aus der Sicht des motorisierten Verkehrsteilnehmers stellt sich das Ganze wie folgt dar. Wir haben hier die Fahrstreifenverengung, Höhe der Einmündung am Heiligenstock. Begegnungsverkehr ist hier möglich entlang der Tankstelle. Die Einfahrten der Tankstelle sind beide frei, sodass die Tankstelle angefahren werden kann. Und die Zufahrt über die Wetzlarer Straße am Heiligenstock erfolgt hier vorne über die Einmündung Giesener Straße. Ab Höhe der Bushaltestelle hier vorne in der Seestraße ist eine Ampelanlage installiert. Da können wir noch ein bisschen weiterfahren. Da, ab Friedensstraße bis vorne, Kreisel, Feuerwehr, der Baustellenverkehr nur noch einseitig erfolgt, halbseitig. So, wir fahren jetzt in die Baustelle der OWAG-Fernwasserleitung hinein. In diesem Teilbereich wird zunächst die OWAG-Fernwasserleitung verlegt, auf die jetzt in Fahrtrichtung linke Fahrbahnseite, das heißt die östliche Fahrbahnseite. Diese Sperrlänge ist mit knapp 300 Metern relativ lang. Die ist extra so lang bemessen, damit zügig gearbeitet werden kann, um die gesteckten Ziele, wir wollen mit den gesamten Maßnahmen noch dieses Jahr fertig werden, diese Ziele auch erreichen zu können. Auf der kompletten Länge wird die Fahrbahndecke erneuert, in einer Gemeinschaftsaktion zwischen Hessen Mobil und der Gemeinde Wölfersheim. Darüber hinaus, wie gesagt, die Fernwasserleitung der OWAG verlegt, sowie Kanalwasserleitungen der Gemeinde erneuert und eben eine Gehwegsanierung vorgenommen, auf der westlichen Fahrbahnseite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017